Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder und wir sollen ja eigentlich immer noch einen Garten bauen aber irgendwie klappt das nicht, Holz brauchen wir auch ganz dringend. So, dann reisen wir weiter und gehen Material sammeln. Wo das viel dann kommt, ja, und wir brauchen eh ganz viel Material wieder. Ich hoffe, dass wir irgendwann so gut von den Chemikalien brauchen wir so wieder mehr, weil wir auszusehen die Kiste kaputt gemacht haben, weil wir nicht wollten. So, da ist noch Essen, müssen wir auch mit trinken. So, werden wir dann mal gucken, dass wir auch irgendwie den Garten bauen können. Okay, dann können wir weiterreisen. Jetzt holen wir uns. So, unsere Materialien langsam wieder voll. Das, was wir brauchen, jedenfalls. Da hinten ist das Fieber. Das sind wir da. Ich brauche ein Holz. Sehr gut. Können wir dann direkt um ändern auf Chemikalien und Blüssigkeit. Aber, es brauchen wir immer jede Menge Holz wieder. Oder andere Sachen. So. Ich weiß nicht, ob wir... Ich weiß nicht, ob wir... Ich weiß nicht, ob wir... Irgendwie ist das gerade ein bisschen nervig und kann nichts machen. So. Einmal bitte weiterfahren. So. Ich laufe langsam wieder voll. Und nur langsam. Ähm. 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 Wir haben noch was. Komm mal da dran? Ja. Hau ab vom... Nein. Tschüss. Wir haben noch was. Wir brauchen... Okay. Wir können beide fahren. Ich weiß auch noch gar nicht. Wie wir das machen sollen. Mit dem Waffen. Da muss ich auch noch nachgucken. Wir nehmen das Eisen. Ein bisschen Holz. So. Ich mach mal langsam platt. So. Da haben wir noch Eisen. Na, nur das versteckt. hier da so was zu essen glaubt das mit den essen muss man so weitermachen wir müssen trinken noch dürfen wir eigentlich gut wie voll sein wieder so wir fahren weiter da oben ist noch was brauchen jede menge holz das ist das natürlich das fakt ist holz vielleicht noch eisen das kommt wieder genau auf uns zu ich glaube gegen das ist so noch platte vorher so jetzt englisch fast wieder haben weiß nicht wie es aussieht und halte es möchte auch genug haben durch dann alles um wollen und hier ist auch jede menge und da ist noch was zu essen noch mit auch noch zu wenig das ist wie noch eine flocke hier wir hätten langsam wieder voll das ist aber langsam aber sicher und noch ein teil natürlich auch mit nicht ganz okay dann weiter so kann man eigentlich auch brennmaterial herstellen wenn wir elf holz das war band anmaterial also langsam aber komisch so stellen wenn nichts erstellen wir können auch nichts machen wir haben noch ein bisschen holz wie viel metall haben wir noch zehn teil so kuppe waren ich habe hier gemacht wir haben schon ein teil das jetzt war hier oben rein so ist noch mal hier drin ja auch das zeige ich hier raus jetzt wenn sie aber ein ja jetzt haben wir noch zwei ist noch mal nirgendwo drin ok wollen wir einzeln wissen mehr so ein paar wir mal weiter oben war weiter brauchen wir so viel holz teil haben wir eigentlich genug erst mal wieder auch nur jede menge holz so lebt er sich wieder auf das ist blöd muss man noch ein stückchen ranfahren ich wollte schon mal nicht mehr so viel zu kriegen hier fertig wird sagen wir rasen jetzt durch das ging jetzt nicht mehr so viel als glaube ich wir haben das vier hast blatt das ist das einzige hier sondern da oben da komme ich nicht dran bestimmt und okay Okay. Wie dürfte ich auch nicht mehr so viel haben? Wo war denn noch Holz da oben? Und da unten ist noch Holz. Und da unten ist noch Holz. Okay, da war das Metall, das hab ich gesucht. Das blieb geht mir auf die Eier. So. 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 was man hier noch machen kann hier ich habe materialen dürft mehr genug haben die auch erledigt bei den jetzt jeder anzug immer direkt machen die sättigung hoch geht das haben wir hier kann man auch direkt machen hier haben wir zwei schrauben weil ich schrauben dann werden wir das mal tun zweimal bitte wenn man den leder hier was das sein soll habe ich bis jetzt noch nicht rausgekriegt das sind doch die letzten so ok die schrauben muss ich nur abholen so ist immer neues kohle kann man auch machen so sehr gut jetzt haben wir wieder ein bisschen zeit hier das war auch das habe ich nicht ok dann gucken wir mal in kugel waffe die frage das jetzt bauen hier haben wir es doch kann ich bauen ok was schon wieder kein holztier so müssen wir das dann noch leer machen was wir da noch sammeln werden so ok da war eine munitionskiste dann machen wir mal eine so wenn feuer mehr ok dann machen wir mal jetzt müssen wir auch weg tun ich brauche eine kiste ich brauche noch eine kiste hier ich kann die immer noch nicht drehen oder platzieren ich brauche noch nicht machen so jetzt die ein ok geht ok aber dann würde ich sagen dann sehen wir uns in der nächsten folge wenn es euch gefallen hat gerne ein däumchen da lassen bis dann Vielen Dank.